Ich habe das einfach vorher noch nicht gemacht. Ich habe drei Brüder und jetzt bin ich einfach mal selber dran. Und das hier ist, glaube ich, die Lösung dafür. Die habe ich hier gebaut. Es hat ungefähr so viel Power wie ein menschliches Knie. Aus Pappen, aus Stock und aus Glitzerblatt Papier. Ja, dann ist es auf jeden Fall nach der Gleichrichtung. Da drinnen wird es auch mit Bodenkeppich und die vielleicht ertrückt. Damals dort. Und dann haben wir diesen Tablet Truck. Okay. Bis zum nächsten Mal. عم mode. Ja… Ich sch Ensue und serv ihn an. Und ich bin nett тест als Birekt zu machen, derb. Vielen Dank.